Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben sich endlich getraut und in einer wunderschönen kirchlichen Zeremonie das Jahr Wort gegeben. Am vergangenen Wochenende wurde die intime Hochzeit in einer malerischen kleinen Kirche auf dem Land gefeiert, umgeben von engen Freunden und Familie. Das Paar, das seit Jahren die Herzen der Schlagerfanz erobert hat, entschied sich für eine feierliche und doch bescheidene Veranstaltung, die die Essens ihrer Beziehung widerspiegelte authentisch, liebevoll und voller Freude. Die Zeremonie war ein Traum in Weiß und Gold, mit Beatrice in einem atemberaubenden, massgeschneiderten Kleid, das ihre natürliche Schönheit und Eleganz unterstrich. Florian, der in einem stillvollen, klassischen Anzug strahlte, konnte seine Augen kaum von seiner Braut abwenden. Ihre Liebesgeschichte, die von vielen Höhen und Tiefen geprägt war, fand an diesem Tag einen Höhepunkt, der für alle Anwesenden unvergesslich bleiben wird. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus der Musik- und Unterhaltungsbranche, die dem Paar ihre besten Wünsche überbrachten. Besonders rührend war der Moment, als Beatrice von ihrem Vater zum Altar geführt wurde, während Florian mit Tränen in den Augen auf sie wartete. Der emotionale Höhepunkt der Zeremonie war zweifellos das Versprechen, dass sich die beiden gaben ein Schwur der ewigen Liebe und Treue, der tief aus dem Herzen kam und alle Anwesenden zu Tränen rührte. Nach dem offiziellen Teil der Hochzeit folgte eine ausgelassene Feier in einer nahegelegenen, charmanten Scheune, die liebevoll mit Lichtern und Blumen geschmückt war. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden gelacht, getanzt und gefeiert. Ein heiklichtes Abends war die musikalische Darbietung des Brautpaares selbst, das seine Fans mit einem romantischen Duett überraschte. Beatrice und Florian sangen ein Lied, das sie speziell für diesen besonderen Tag geschrieben hatten, eine Hommage an ihre Liebe und ihre gemeinsame Zukunft. Doch der eigentliche Überraschungsmoment des Abends kam erst später, als das Paar eine wichtige Ankündigung machte. Während des Dessertgangs ergriff Florian das Mikrofon und bat um die Aufmerksamkeit der Gäste. Mit einem breiten Lächeln und einer gewissen Spannung in der Stimme verkündete er, wir haben heute nicht nur unsere Liebe gefeiert, sondern möchten auch etwas ganz Besonderes mit euch teilen. Beatrice und ich erwarten unser erstes Kind. Die Reaktion der Gäste war überwältigend Jubel, Applaus und Freudentränen erfüllten den Raum. Beatrice, die neben Florian stand, strahlte überglücklich und bestätigte die wunderbare Neuigkeit mit einem strahlenden Lächeln. Diese unerwartete Ankündigung brachte noch mehr Wärme und Freude in die ohnehin schon herzerwärmende Feier. Die Nachricht von der Schwangerschaft kam für viele überraschend, da das Paar es geschafft hatte, dieses freudige Geheimnis bis zur Hochzeit für sich zu behalten. Beatrice verriet später in einem exklusiven Interview, es war nicht leicht, diese Nachricht so lange geheim zu halten, aber wir wollten diesen besonderen Moment für unsere Hochzeit aufheben. Es ist ein Geschenk, das unser Leben noch glücklicher macht. Florian fügte hinzu, wir freuen uns unglaublich auf die Zukunft und darauf, unsere Familie zu erweitern. Es ist ein neues Kapitel in unserem Leben und wir sind so dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir von unseren Freunden, unserer Familie und unseren Fans erhalten haben. Der Abend ging mit weiteren Überraschungen weiter, darunter eine emotionale Diazo mit Bildern der gemeinsamen Momente des Paares, die von ihren engsten Freunden und Familienmitgliedern zusammengestellt wurde. Die Feierlichkeiten endeten mit einem spektakulären Feuerwerk, das den Himmel über der idyllischen Landschaft erleuchtete und den perfekten Abschluss für einen Tag voller Liebe, Überraschungen und neuer Anfänge bildete. Die Hochzeit von Florian Silbereisen und Beatrice Egli war nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch ein starkes Zeichen dafür, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Die beiden, die schon viele Herausforderungen gemeistert haben, blicken nun voller Zuversicht und Freude in die Zukunft. Mit der Aussicht auf ihr erstes gemeinsames Kind und eine glückliche Ehe haben sie die Herzen ihrer Fans erneut erobert und gezeigt, dass das Leben manchmal die schönsten Überraschungen bereithält. Für die Fans des Paares war dieser Tag ein emotionaler Höhepunkt, und viele freuen sich schon jetzt auf die weiteren Kapitel dieser wundervollen Liebesgeschichte. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihr Leben als frischgebackenes Ehepaar und baldige Eltern entwickeln wird, doch eines ist sicher, Florian Silbereisen und Beatrice Egli werden diese Reise gemeinsam mit Liebe, Lachen und unerschütterlicher Unterstützung füreinander antreten.